Seit einiger Zeit wird in Deutschland über die sogenannte Entkriminalisierung von Schwarzfahrern gesprochen. Vielleicht weiß der eine oder andere noch gar nicht, dass Schwarzfahren eine Straftat darstellt, nämlich das Erschleichen von Leistungen und dass diese Straftat euch in den Knast bringen kann. Zunächst war es der Deutsche Richterbund, der gesagt hat, kann irgendwie nicht sein, dass wir uns vor Gericht ständig mit irgendwelchen Schwarzfahrern in Bus und Bahn beschäftigen. Jetzt sind es die Länder Berlin und Thüringen, die eine Gesetzesinitiative eingebracht haben. Was das für euch Schwarzfahrer bedeutet und ob ihr künftig nicht mehr in den Knast müsst, wenn ihr kein Ticket gelöst habt, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und falls ihr rechtlich immer up-to-date bleiben wollt, lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da. Abo-Knopf direkt hier unter dem Video. Ja, Schwarzfahren beschäftigt uns schon immer mal wieder. Eins meiner besten Videos hier war das Video mit der Fragestellung, darf ich mit einem Schild um den Hals, ich fahre schwarz, schwarz fahren? Ich löse das jetzt hier nicht so auf. Ihr könnt euch das Video angucken, aber wer jetzt gleich aufpasst, wird sich die Frage auch beantworten können oder eben das Video angucken. Schwarzfahren selbst ist eine Straftat, nämlich das Erschleichen von Leistungen. Schauen wir uns diese Straftat mal genauer an. Die ist in § 265a des Strafgesetzbuches geregelt und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vorgesehen. Also, man muss dafür keine Schutzvorrichtungen umgehen oder ausschalten. Es gibt ja bei uns in Deutschland auch keine Drehkreuze, wie es in Frankreich der Fall ist, oder meistens hier jedenfalls nicht und auch keine Sperrvorrichtungen. Man kann ja einfach in die Busse und Bahnen so einsteigen. Das heißt, es genügt, wenn sich ein Schwarzfahrer beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Achtung, jetzt kommt's, mit dem Anschein der Ordnungsmäßigkeit umgibt, sich also äußerlich nicht anmerken lässt, dass er schwarz fährt. Und wichtig ist auch noch, dass man sich diese Leistung absichtlich erschleicht. Wenn ihr also einfach mal nur eure Dauerfahrkarte zu Hause gelassen habt, dann ist das kein Erschleichen von Leistungen und keine Straftat. Aber es gibt ja den einen oder anderen, der will extra nichts bezahlen und verhält sich auch heimlich. Und dann hat er diesen Straftatbestand des Erschleichens von Leistungen entsprechend erfüllt. Es ist dann so, dass man hierfür dann erstmal nicht unbedingt sofort ins Gefängnis kommt, aber wenn man häufiger schwarz fährt, kann man ins Gefängnis kommen. Was aber viel, viel häufiger der Fall ist, sind sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Das bedeutet, ihr fahrt schwarz, ihr werdet zu einer Geldstrafe verurteilt, ersatzweise zu Ordnungshaft. Und interessanterweise ist das der Punkt, der dann ins Gefängnis meistens führt. Jemand fällt immer wieder schwarz, hat Geldstrafe zu leisten, kann kein Geld zahlen und sagt, dann wandere ich lieber in den Knast, statt Geld zu zahlen. Warum ist das so? Nun ja, schwarz fahren oft Leute, die ohnehin an der unteren Armutsgrenze leben, Alkohol- oder Drogenprobleme haben oder die sich nur einen Fahrschein eingeschränkt leisten können. Die haben dann auch nicht das Geld, die Strafe zu bezahlen und wandern deswegen eher mal wieder in den Knast. Statistiken zufolge sollen es allein in Berlin 40.000 Fälle pro Jahr sein. Deswegen gibt es immer mehr Juristen. 2018 war es der Deutsche Richterbund und jetzt die Länder Berlin und Thüringen, die fordern, dass man doch bitte Schwarzfahren entkriminalisieren sollte. Also eben raus aus dem Knast mit den ganzen Schwarzfahrern. Da gibt es einige Argumente, warum man für eine Entkriminalisierung stimmen sollte. Die Befürworter sagen, strafrechtlich müssen wir nur etwas sanktionieren, was einen positiven Nutzen für die Gesellschaft hat. Also bestrafen müssen wir nur, wenn das einen positiven Nutzen für die Gesellschaft hat. Jetzt sagt man, naja, jetzt schauen wir uns das Gesamte hier mal bei den Schwarzfahrern an. Ist das überhaupt ein positiver Nutzen, wenn wir immense Kosten haben durch die Strafverfolgung? Und steht die Kriminalisierung der Schwarzfahrer nicht sogar im Gegensatz zum Nutzen der Gesellschaft? Das könnte man natürlich auch bei Diebstahl sagen, von geringwertigen Sachen wird sogar überlegt. Ja, könnte man sagen, ist da ein Problem des Kaufhauses, da dann irgendwas zu fordern. Es kommt vielleicht nicht so häufig vor. Da geht es dann schneller an die nächste höhere, teurere Sachen. Beim Schwarzfahren ist es jedoch so, dass die Befürworter der Entkriminalisierung sagen, naja, Strafrecht soll ja immer nur die Ultima Ratio sein. Also die letzte Lösung. Und wir können doch nicht tatsächlich so schnell hier rangehen bei Delikten, die wirklich im Bagatellbereich liegen. Oft kostet so eine Fahrkarte nur ein bis drei Euro. Sollte man da überhaupt mit einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe drangehen können. Das ist doch nicht gerecht. Die Kosten für die Strafverfolgung liegen bei vielen Millionen Euro jährlich. Es gibt Ressourcen, die dadurch flöten gehen. Und könnte man diese Ressourcen oder sollte man diese Ressourcen nicht für die Bekämpfung von weitaus schlimmerer Kriminalität einsetzen. So sagen es die Befürworter der Entkriminalisierung. Außerdem sagen die noch, es würde ja auch zu einer Bestrafung der sozial Schwachen führen. Denn genau die sozial Schwachen sind es ja, die sich das Ticket gerade nicht leisten können. Diejenigen, die eine höhere Einkommenklasse haben, sind davon eh ausgeschlossen. Die kaufen sich eben die Tickets. Das haben Statistiken ergeben, dass diejenigen, die ohnehin Geld haben, entsprechend das auch einsetzen, um sich die Tickets zu kaufen. Außerdem gibt es ja ohnehin die Möglichkeit, ein erhöhtes Beförderungsentgelt zu zahlen. Das heißt, das haben ja sowieso fast alle Verkehrsbetriebe, dass man 60 Euro zahlen muss, wenn man schwarz fährt. Und das ist eine eigene Sanktionsmöglichkeit der entsprechenden Verkehrsbetriebe. Es ist auch so, dass man ja noch eine weitere Möglichkeit hätte, wer öfter schwarz fährt, gegen den könnte man ein Hausverbot erteilen. Das heißt, er darf dann eben nicht mehr mit der Bahn fahren. Fährt er trotzdem, würde er einen Hausfriedensbruch begehen. Und das wäre dann wieder eine Straftat. Also sozusagen die ganz schlimmen Fälle hätte man trotzdem auch drin. Selbst wenn man das Erschleichen von Leistungen jetzt fürs Schwarzfahren rausnehmen würde, hätte man ja über den Hausfriedensbruch trotzdem noch die Straftat für die Bummel, die das dann immer wieder tut. Wenn man den vorher verbietet, nochmal in die Bahn einzusteigen. Es gibt allerdings natürlich, und das möchte ich hier nicht verschweigen, auch Argumente für eine Strafbarkeit des Schwarzfahrens. Man sagt, naja, wenn man das Ganze auf eine Ordnungswidrigkeit herabstuft und das Ganze bagatellisiert, dann wird die ganze Arbeit doch nur auf eine untere Ebene verschoben. Sowieso sind da noch Teile der Polizei und der Justiz mit der Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten beschäftigt. Amtsanwälte, das sind ja sozusagen die, sowas wie die Staatsanwälte bei den Amtsgerichten, haben ja dann immer noch sehr viel damit zu tun. Die Volkszugsbehörden haben damit noch zu tun. Das heißt, insgesamt wäre der Staatsapparat ja doch nicht so viel entlastet. Das wäre ja immer noch eine Ordnungswidrigkeit. Und man könnte vielleicht was ganz anderes machen. Man könnte zusehen, dass die sozial Schwächeren günstigere Tickets bekommen, dass die eben gar nicht schwarz fahren müssen und dann aus der Strafbarkeit rausfallen würden. Man könnte auch dafür sorgen, sagen die Gegner der Entkriminalisierung, dass man einfach Ticketdrehkreuze durchführt oder irgendwelche Sperrvorrichtungen entsprechend einbaut. Dann können gar nicht so viele Leute schwarz fahren. Außerdem könnte man auch das Schwarzfahren noch besser kontrollieren. Dann würde das auch abschreckender wirken und so viele würden dann nicht schwarz fahren. Zwei kontroverse Meinungen. Es ist so, dass der Bundesrat sich mit der Thematik gerade beschäftigt. Das ist jetzt in die Rechtsausschüsse dort verschoben worden, weil die Länder Thüringen und Berlin das auf die Agenda gesetzt haben. Und dann ginge es durch die entsprechenden Gremien bis hin zu einer Verabschiedung im Bundestag. Aber bevor das verabschiedet wird im Bundestag, kann es noch etwas dauern. So lange können wir die Diskussion doch schon mal hier anheizen. Nämlich unten in den Kommentaren könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet. Sollte man Schwarzfahrer kriminalisieren und zur Not auch ins Gefängnis schicken? Oder sagen wir das eine Ordnungswidrigkeit? Sowas wie ein Knöllchen. Wenn man geblitzt wird, zu schnell gefahren ist, dann hat man ja auch keine Straftat. Nicht zwingend eine Straftat begangen. Es gibt auch Möglichkeiten mit einem Autostraftat zu beginnen. Aber der Normale, der ein bisschen zu schnell fährt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Sollte man auf der Ebene eher das Schwarzfahren verankern. Man zahlt dann sein Ticket, sein Knöllchen und hat nicht eine riesen Gerichtsverhandlung am Hals mit allem Pipapo, was dazugehört. Millionen Knöllchen, Ordnungswidrigkeiten werden ja auch relativ easy vom Staat abgewickelt, ohne dass man da Brimborio mit Gefängnis und so weiter machen muss. Schreibt es mir unten in die Kommentare und vor allen Dingen lasst auch gerne ein Abo da, falls euch dieses Update zum Schwarzfahren gefallen hat. Denn da kommt noch mehr. Das habe ich ja angekündigt. Und wenn da mehr kommt, seid ihr auf alle Fälle auf diesem Kanal die Ersten, die es erfahren werden. Mein bereits angekündigtes Video. Schwarzfahren und ein Schild. Ich fahre schwarz um den Hals. Ob das legal sein kann, das habe ich euch hier noch verlinkt. Also für alle diejenigen, denen das Video gerade gefallen hat, denen wird das ganz bestimmt auch noch gefallen. Euch danke ich recht herzlich fürs Schwarzfahren. Ach Quatsch, fürs Zuschauen natürlich. War ein Witz. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.